Thomas Rottensteiner am Wochenende ist soweit, Ritten spielt wieder international. Welche Zielsetzungen hat er Freien für den Kontinentalkap für die Phase? Ja, unser Ziel muss es schon sein, dass wir uns für das Halbfinale qualifizieren. Wir hätten ja eigentlich das sportliche Recht gehabt im Halbfinale zu schaffen. Für uns ist es aber sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Event daheim ausführen dürfen, aus finanzieller Sicht vor allem. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass unsere Mannschaft daran klaut und dass sie uns auch wieder ins Halbfinale bringen wird. Wer will jetzt die Zuschauer in die Arena Ritten locken? Was verspricht das denn in den Endkonferenz? Ja, wir machen wieder einige tolle Aktionen. Alle Jugendlichen unter 18 Jahren sind frei, zahlen keinen Eintritt. Es soll eine zusätzliche Motivation sein. Aber zudem machen wir natürlich wieder einige zusätzliche Events. Unser Wirt in der Arena hat sich wieder sehr ein tolles Programm gefallen lassen. Und es wird von Freitag bis Sonntag wirklich jeden Tag ein Zusatz-Event. Also nicht nur Sport geboten, sondern auch Unterhaltung. Dankeschön. Bitte, gerne.